So, Gott zum Gruße, ihr lieben Mannen und Frauen, ihr Recken und, äh, Schrecken. Ja, wir spielen mal wieder Magica und das mal wieder auch alleine. Ja, ich würde mal gerne vorschlagen, dass sich doch ein paar Leute melden und sagen, du, ich will mal an diesem kleinen, süßen, scheiß Abenteuer dabei sein, weil ich es einfach nur liebe. Ja, und, ja, genau zu viel. Wenn du stopfst, hasse ich dich. Ja, das ist mir scheißegal. Ich hasse dich auch, Navi. Ja, es haben sich einige Leute auch gemeldet, ähm, aber leider habe ich die besagten Sachen nicht. Und jetzt muss ich mich mal wieder zurechtfinden. Ja, das ist selber heilen. Gut. Ich konnte es, äh, eine, naja, derweilen nicht spielen. Grund für die ganzen Scheißzeit. Die Tastatur war nicht so mein Dingens, was ich gemacht habe. Und, äh, ich brauchte auch dringend die Tastatur. Und jetzt geht auch weiter. Wir müssen auf jeden Fall durchhalten. Also, die Feinde werden immer schwieriger. Wow. Ja, das sieht man schon hier. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, das sind die Piraten. Die machen ein Picknick und die haben uns nicht eingeladen. Wow, das ist auflängend. Oh, das sah schon interessant aus. Können wir da hoch? Oder rein? Hm, rein? Ich meine, da hin? Ja. Ja. Aber mehr nicht. Verdammt. Hm. Wir sollen nach Havindir fliegen. Okay. Und lass mich raten, ich muss es alleine machen. Wieder mal. Und jede Wette, du haust ab. Wo noch kein Vamp... äh, Mensch drinne war. Vampir wolltest du sagen, nicht wahr, mein Lieber? Ja, ich habe dein dunkles Geheimnis erfahren, mein Lieber. Du bist ein Vampir. Ja, gleich beim ersten Mal. Ah! Kontrollpunkt erreicht. Und was kommt... Wow! Was zur Hölle? Na ja, die sind nicht so schwer wie die anderen. Ach, komm. Hä? Ja, dann tags. Jeder Wette, es kommen noch mehr. Ich habe mich schon mal aufgeladen. Und auf der anderen Seite kommen jetzt noch mehr. Wow, wow, wow. Okay. Ja, 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 diese Viecher sind ja auch nicht gerade freundlich. Und verkokeln wir mal ein paar. Was ist das? Das untersuchen wir mal. Wow! Ganz schön blutige Spur. Ah, verdammt. Wir sind ja auch ein mächtiger Magier. Ja, der gute Tatsumaki hat jetzt auch Magier bekommen. Und ich hoffe mal, wir spielen mal gemeinsam. Würde mich freuen, wenn er mal mitmachen könnte. Machen wir jetzt mal Flammen. Machen wir jetzt mal Flammen. Ich glaube... Das war's für's Erste. Was zur Hölle? Du elende Sackratte! Du lässt mich schon wieder allein? Alter, ich hasse dich. Das ist ja echt der absolute Witz! Ey, das ist ein Witz, oder? Oh, verdammte Axt auf! Die haben uns gerannt. Sonntagsfahrer. Wo haben sie ihre Führerscheine denn gemacht? Lotto gewonnen? Oh, das ist nicht gut. Falsch! Ah! Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Also in Momenten sind Elektroattacken ja ganz gut. Wir sind auch ein ballerndes Pikachu! Irgendwie. Also die ganze Luftwurz in Gesellschaft ist der absolute Rotz. Wer ist das denn? Reden wir mal mit diesen Typen. Okay. Bist du? Was bist du? Oh, fuck. Irgendwas leckt da gewaltig. Daneben, Alter! Daneben! Einschwör ich, wenn da jetzt nochmal so ein Gegner kommt. Und die anderen sind da reingeplumpst. Geiles Ding. Ach, du Schone, da ist ein Magier. Falsch. Okay, erstmal... Auf jeden Fall hilft das besser. Okay. Ja, das war's. Ich muss mich echt wirklich darüber im Klaren machen, dass ich mich da wieder zurechtfinden muss. Was zur Hölle? Seht ihr das auch? Abschafe! Na, das sind ja ganz tolle Schafe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aktivieren wir das mal. Und es leckt ein bisschen. Kontrollpunkt erreicht. Ich muss mal nachher gucken, woran das liegt. Was? Andere Magier. Oh, ein Baumtroll. Na, super. Lass mich harten, der ist tot. Okay, die haben irgendwas mit Wetter gemacht. Was? Was zur Hölle? Ihrht就 Tándermachen, ich kriege doch mal. Oh, ein Film. Okay, das war... So, den noch. Fertig. Untersuchen wir mal den Kollegen. Den auch rein. Äh, okay. Es ist ein schädlicher Blitz zu beschwören. Nehmen wir mal mit. Donnerkeil. Was ist das? Ne. Nehmen wir den anderen wiederum mit. Schlimmen Tage gehabt, na okay. Na gut, gehen wir mal weiter. Was ist das denn hier? Ach, das ist auch ein Zauberstab oder was? Okay. Probieren wir mal Donnerkeil aus, aber bevor wir das machen, müssen wir uns trocknen. Wo ist nochmal Feuer? So. Tau frisch. So, was brauchen wir da? Wir brauchen einmal... Ist das Wind? Ach. Gucken wir nochmal hier. Also ich seh das nicht so richtig. Regen. Ich weiß nicht, was... Das sind Schafe! Mann, die sind ganz schön nervig, diese Viecher. Gut, machen wir das nächste. Oh, verdammt. Und hier noch ein bisschen. Falsch. Oh, da ist mein Platz. Okay. Verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. Wieso funktioniert das nicht? Das funktioniert gut. Und da ist geplatzt. Okay. Untersuchen wir das mal. Okay. Was ist das? Nehmen wir das mal. Wir lassen die Waffe dafür weg? Ne, wir nehmen unsere Waffe wieder mit. Das sieht wesentlich cooler aus. Hey, Flüssner! Ohne, Dere! So kann ich nicht. Ja, irgendwas leckt da. Einen Augenblick. Ich werde mal ganz kurz nachgucken, woran das liegt. Ach...